Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 28 qm. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 550 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.